Hello again, ich sag einfach Hello again, du ich möchte dich heut noch sehen, dort wo alles begann. Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von DART by Dye Life. Ich spiele heute mit Mark Thomas. Ja! Nein! Ja! Ja, man! So, hier war doch eh immer ne Treppe, ne? Komm ich denn hier hoch, hör mal. Oder war die nicht hier drin? Ich weiß auch nicht, ich heiße das hier. Oh, haben wir Ruin? Da mach ich mal mit hier, wa? Das wollen wir ja nicht. Oh, es ist der Cowboy. Geil, ich liebe den, der ist so cool. Allein seine Musik, ne? Ist schon mega. Aber ich hab noch nicht so ganz raus, wie man seiner Kette da irgendwie entrinnen kann. Ich weiß, dass das wohl irgendwie, äh, gehen soll, aber, ähm, ne, ich weiß nicht so richtig. Beg da den Dreh, noch nicht raus. Ah, haha. Bin so lustig. Nicht. Ja, ist doch in Ordnung. Ich bin ja schon dabei, entspann dich mal. Ja, okay, das war jetzt nicht so klug. Schieß mich nicht ab! Nein, nicht auf mich schießen! Schieß mich auf mich! Nein! Nein! Ja, okay. Hitten ist okay, aber nicht schießen hier, ne? Wir wollen mal fair bleiben, Freundchen. Der sieht so cool aus, ne? Lulululu. Der macht ja selber Haken, ne? Kann immer einer sabotieren. Und langsam langweilig, ja. Senior Janisch ist von der Welt. Cooler Typ. Cooler Typ. Und seine Map ist... Oh, der hat... Hat der Ruf der Krankenschwester? Seine Map ist einfach grandios, finde ich. Die ist so schön. Nobody, nein! Geht er weg! Er tunnelt, schön. Ja, das ist so schön. Ja, ist doch, hör auf umzuholen, du Pussy. Gut, okay. Zwei Generatoren haben wir. Hi! Was machst du da? Wird rumstehen oder was ist dein Auftrag? Hallo Generator, bitte, wäre es total nice jetzt hier. Gott, machen wir mal, ey. Warum rennt jemand hinterher? Bin ich hier zum Anführer-Modil? Möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Leg ein Veto ein. Oh, weit weg. Lö, 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 lö. Wo ist die oben auf dem Boot? Ach komm schon, ey. Ich will mich doch verarschen hier. Mit seinem Rumgetunnel. War das knapp jetzt? Wahrscheinlich, ne? Ist gar nicht... Also. Judy! Nicht meine Punkte, wa? Schade, Schokolade. Ach komm schon. Also, mich würde es jetzt mal interessieren, ob er Ruin für alle hat oder nur für zwei Spieler. Ich probiere es mal aus. Okay. Das war uncool. Ja. Er läuft in der Runde, ne? Ja. Vielen Dank. Lauf nicht hier hin, Mann. Durchgezogen! Durchgezogen! Nicht unbedingt klug, aber... ...dennoch erfolgreich. Okay. Der ist leer. Oh, ich will nicht die Letzte sein. Ich hasse das, wenn man die Letzte Überlebende ist. Äh... ...dann die Luke zu suchen und so. Oh, ne. Äh... ...maß ist der Keller eh schneller. Ja. Oh, das ist der Keller. Was ist das? Oh, das meine ich. Ich weiß halt nicht, wie man da sich rauswindet aus dieser Kette. Also es scheint ja zu gehen, aber wohl eher schwierig. Oh, sie ist immer noch da unten, ne? Das ist natürlich echt nicht so klug. Das hört er, das sieht er, das kriegt er nicht mit. Oh. Jetzt nicht sofort. Wir werden hier beide sterben hier unten im Keller, befürchte ich. Du bist doch Claudette, kannst du dich nicht heilen? Aller. 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 Das ist jetzt hier wahrscheinlich auch nicht klug, was ich gerade mache. Aber ich weiß halt auch nicht, hat sie jetzt schon gekämpft? Ich glaube ja, ne? Ich glaube ja. Ich hasse es. Ich will das nicht. Ich will einfach nicht. Ich kann mich nicht einfach finden und töten. Ich hasse es. Es ist zum Kotzen, die Letzte zu sein. Als ob ich die Luke jetzt finde, weißt du? Ja, weißt du, wo die ist? Wahrscheinlich in 3, 2, 1 Endgame und so. Also es wäre halt schon Lack, die jetzt zu finden, ne? Wobei er wohl auch nicht genau weiß, wo sie ist. Normalerweise laufen die Killer ja irgendwie im Spiel während des Gameplays mal einmal rüber. Wobei ich mir halt auch nie merken kann, wo die war, ne? Wenn ich sie einmal gesehen habe. Ah, ich schätze mal, dass er sie gleich gefunden haben wird. Deswegen steuere ich mal schon so grobe Peilungen den Ausgang an. Auch da stehen die Chancen ja eher schlecht, noch rauszukommen. Wir werden sehen. Okay, er scheint genauso wenig einen Plan zu haben, wo das Ding ist. Ich höre es nicht, ich höre es nicht, ich höre es nicht, ich höre es nicht. Boah, das wäre jetzt hart Lack, ne? Ach ne, da geht man gar nicht weiter, ne? Ach ne, da geht man gar nicht. Was macht er denn da? Mich suchen. Er sucht gar nicht konsequent die Luca scheinbar. Oder er hat sie gefunden und macht sie nicht zu. Das sieht mir gerade ganz danach aus, weil er da hinten... Ja, 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 ja. Der hat die Luca gefunden. Ja, 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 ja. Okay, ähm, zwei Garantoren schaffe ich nicht. Schätze ich. Ja, ja, ja. Habe ich mir gedacht. Warum er das jetzt... Okay. Macht, weiß ich nicht. Okay, er rennt zuerst zu dem. Mann, wo war denn der andere nochmal? Kacke, ey. Boah, ich... Hier. Nicht. Scheiße. Da. Ist er hier? Noch nicht. Das hat jetzt aber gerade fucking viel Zeit gekostet. Er wird... Da kommt er. Ja. Das war's dann. Würde ich behaupten. Es ist... Halt einfach verdammt schwierig. Die Luke zu öffnen, wenn... Also die... Ach, Quatsch. Die Ausgänge zu öffnen, wenn das Endgame schon läuft, ne? Äh, das ist halt einfach... Ding der Unmöglichkeit eigentlich. So. Und er hängt mich natürlich näher. Will er mich opfern? Oder was hat er jetzt... Was möchte er machen? Ach, ich soll mich freistruggeln. Er wartet... Nee, er wartet, okay. Er möchte es sehen. Wie ich, ähm... Aufgespießt werde. Äh, Entschuldigung. Das war wahrscheinlich jetzt ein bisschen laut. Ich habe meine E-Zigarette gezogen. Ja. Gute Runde, nur leider. Wo unwärksam wäre jetzt, aber wird mich auch nicht mehr retten, ne? Drei, zwei, eins. Also das verstehe ich halt nicht, ne? Weil dafür kriegt er weniger Punkte, als wenn er... Also, er sieht das aber auch nicht richtig. Dafür kriegt er halt weniger Punkte, als wenn er mich jetzt aufgehängt hätte, ne? Das war ein bisschen unsinnig, aber gut. Äh... Also, ja, selber wissen. Also, zumindest war das bis vor kurzem auch so. Ich weiß nicht, ob sie was geändert haben. Äh... Ja. Aber... War trotzdem eine ganz gute Runde. Finde ich. Okay. Wieder nur die Standard-Perks. Krass. Okay. Ja. Gute Runde, Freunde. Äh... Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Bis bald, Rian. Ja. Ja.